Was erwartet uns, was sind die Pläne jetzt, John? Klär uns auf. Die Pläne in dieser reinen Folge sind jetzt, also erstmal haben wir LCK, haben wir Faker gehabt. Jetzt nehmen wir das Gehrniveau, setzen noch einen Happen drauf und lassen Mori spielen. Ich werde ihn dabei coachen, ich werde also mein Bestes geben, Mori alle Anweisungen zu geben, die er braucht, um Faker-Manier abzugehen. Ich weiß, ich bin eine Gurke, Maxim ist aber auch ein Last-Hit-Möwe, wie er selber immer so schön sagt. Also ich versuche jetzt, die Gurke auf das Niveau einer Möwe zu coachen. Auf einen Faker. Der ist ja auch nur ein Thunfisch. Oh, Matchfound, Matchfound, meine Freunde. Es wurde akzeptiert. Es war aufgeregt. Oh, Second Pick, das sieht gut aus, meine Freunde, die Midlang kommt quasi. Dein Ziel ist, welchen Champion zu kriegen? Hast du einen absoluten Lieblings-Champion? Es kommt so ein bisschen drauf an, aber an sich spiele ich ganz gerne Ari. Oh, was muss ich da sehen? Ist das Flash auf D? Ja. Wie schreibst du denn Flash? Das ist das D für Dash und das F steht für Feuer. Prinzipiell spielt natürlich jeder Flash auf F, wie es sich gehört. Aber ist okay. Mori... Ja, da wird immer viel diskutiert. Man sieht es bei den Pros sowohl auf der einen als auch auf der anderen Seite. Die, die Flash auf D haben, können Prinzi picken. Die haben Yasuo, LeBlanc... Ich brauchst du nochmals zur Sicherheit rein. Ja, natürlich. Gerne auch mehrfach. Gerade auch, wenn jemand anderes sagt, er geht mit, sie dann nicht schreiben. But I'm it! Besonders sowas hier, oh, I will go mit, sorry bro, I hope you're fine, I hope you have a nice day. Auch Motivator im Team sein. Ja, ich sag immer, Solo-Q ist 40% Skill, 20% Luck und 40% bist du ein guter Psychologe oder nicht. So, wer von denen klingt am bedrohlichsten für dich? Vom Namen her, vom Gegner-Team. Ich finde der Nudelschulzer, der ist richtig scary. Sig Peter kann aber auch ziemlich sick werden, oder? Ja. Royal Kennedy, Ken, 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 Ken... Wenner Janssen... Das sind Durchschnittsnamen. Aber Nudelschulzer und Sig Peter, die gucken auch schon so hier mit Feuer und Blutzen. Die ist aber auf deiner Seite. Also ich glaube, die holt das Ding nochmal raus, falls da jemand drinsteht. Jetzt den Charm bitte skillen. Hast du ihn geskillt? Oh nein. Okay, kein Problem. Ist gar kein... Ist diese Aufregung, das ist so viel! Die Land ist aber auf dein Kenne-Mini, bitte. Noch weiter nach vorne. Aggressiv stehen wir hier. Das hier ist kein Zuckerstecken. Auf die Höhe der einer Midi-Range. Warte. Da, und jetzt Out-Rattack gegen Akali. Out-Rattack gegen Akali. Ja. Und wieder zurück. Wenn du untertauern und Charm frisst, würde ich sofort ignite und ein W sehen. In die Range gehen. Ja, aber die hat Schiss. Ja, egal. Wir bleiben vorne. Wir sind hier der aggressive Part. Wir agieren. Okay, Akali geht Base. Creepwave durchpushen. Es steht... 20 zu 6. Guck mal hier. Easy. Die Huhn. Na gut, das ist jetzt nicht... Sollte nicht der Anspruch sein. Schöner Charm. Weh machen, weh machen. Oh, das war der Flash. Oh, das ist mutig, aber okay. Ja, ich wollte den Flash eigentlich nicht, aber das ist... Rausgerutscht im Eifer des Gefächtes. Geh Bot, geh zu deiner Shyvana. Aber warte, soll ich gerade nicht... Nee, nee, nee. Geh sofort zu deiner Shyvana. Die ist unter Druck. Oh, ich werde nervös. Will das was werden? Oh, nee, nee. Kannst wieder rausgehen. Aufzulehnen, aufzulehnen. Schade, 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 schade. Die Wave noch durchpushen. Die Wave durchpushen. Achso. Schnell. Schnell. Ich geh ja schon. Und dann gehen wir Base. Du durst die Items. Ja, weil du hast genug für den Codex. Du hast 917. Okay, schön. Ja, ist egal. Ja, du kannst auch tanken. Also, du musst nicht. Aber du kannst... Warte. Schön. Und jetzt den Ehr auf die... Oh, die Ultimate. Ultimate. Ich schneide, ich schneide, ich schneide. Den Coup, den Coup, den Coup. Ja, ja, ja. Der ist sehr kühl. Ich schwert völlig. Wir haben noch nicht genug. Chiana wird er feiten. Gehen, gehen, gehen. Untenrum, untenrum. Ja, ja, ja. Du hast auch den Flash E. Hast du den... Nee, da ist gerade die Krabbe. Scary. Flash E. Tu es, tu es. Flash E. Ja, das ist so gut. Das ist nicht Silber. Das ist fucking Challenger. Okay, jetzt Base gehen. Sofort Base gehen. Du hast auch noch einen Blue Buff bekommen. Ist das nice. Easy. Easy. Ah, ja, ja. Ich sag dir, Muche, erst mal dieses Coachen. Das ist aufregend, ne? Ich leide ja sonst nicht so mit dir, ne? Du bist nervöser als ich, hab ich das Gefühl. Ja, also wenn ich selbst spiele, bin ich auch die Ruhe weg, ne? Aber so, also ich hab die ganze Zeit Angst, dass unser kleiner Vorteil, wenn wir uns hier so mühselig herausgearbeitet werden, auf einmal weg ist. Also wenn ich mit der selben Motivation Solo-Coup spielen will, dann werde ich ja auch... Ei, ei, ei. Immer so weit, und? Bei Botlane geht eine Party. Schon mal pinken, dass du auf dem Weg bist. Da geht die ganze Zeit-Party. Bitte, bitte pinken, dass du auf dem Weg bist. Ich hab keine Gefahr. Ulti schon mal, ulti schon mal. Schneller. Ja, ja. Du musst möglichst schnell Distanz überlegen. Noch ein Ultimate. Und jetzt den Twitch. Hol ihn dir! Okay, du hast aber Alistar getroffen. Den Q auf ihn noch. Dann ist er tot. Und dann weiter chasen, weiter chasen, weiter chasen. Nach unten links. Da ist er, der Twitch. Okay, du hast in drei Sekunden eh. Das wirst du schaffen. Den Q in die andere Richtung. Nee, nee. Q in die andere Richtung für Movement Speed. Das ist okay. Ja, der ist sicher. Der ist sicher. Wunderbar. Kannst schon die Queeper vor ihm gehen. Dein Team hat den. Nicht, nicht. Okay. Nicht deine Ulti gegen Alistar. Nerven bewahren. Der hat die Ultimate ab. Dein Q macht True Damage auf den Rückweg. Also da. Nerven bewahren. Fiora ist noch top. Kein Problem. Okay. Nee, der ist trotzdem tot. Wunderbar. Schön. Klasse hier. Ja, ey. Easy. Warum haben wir unser Strinket nicht ausgebaut? Warum hast du mich nicht erinnert? Weil wir... Wir sind Level 11? Wir sind Level 11? Ja, ja. Johnny! Nee, es war aber auch wirklich alles okay. Also da kann ich dir garantieren. Niemand darf böse auf dich sein. Okay, da reingehen, da reingehen, da reingehen. Hinterher. Ja, aggressiv. Tu es doch. Lass die Eier wachsen. Ja, schön gemacht. Ultimate rein. Ultimate rein. Ultimate hinterher. Noch eine Ultimate und dann den Charm. Stark gemacht. Super. Und der Cloud. Der Cloud. Der Cloud. Der Cloud. Wie ist das? Der Love Cannon. Ach, sexy und Love Cannon haben wir. Ja, Love Cannon ist eine dummes Audio, sag ich dir. Da. Wunderschön. Denk dran. Fiora ist der Fokus. Schöner Charm. Ignite auf sie. Ignite auf sie. Sonja, 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 Sonja. Scheiße, ich hab vergessen, dass wir es hatten. Kein Problem. Sorry, ich hab vergessen, dass wir es hatten. Ah, ich glaub, dein Team hat keine Geduld. Da müssen wir hin. Da müssen wir hin. Da. Fiora. Fiora am Haken. Fiora. Da ist es. Da ist der Shutdown. Man muss natürlich das machen, was das Team hat. Nein. Nein, er würde nur nicht fighten. Warum tut der das? Okay, wir bleiben ruhig. Diana. Schön. Jetzt Ignite auf Diana, wenn es geht. Ja. Ultimate 1. Ultimate 2. Denk an dein Sonjas. Sonjas. Das wird nicht reichen. Doch. Nice. Versuch die Laterne zu nehmen. Laterne, Laterne, Laterne. Nice. Nein, die Fiora kommt mit. Autsch. Du warst noch nie so glücklich in deinem Leben. Das ist, äh, oh, Junge, Junge. Ja, besser als selber zocken. Du bist, du, du bist, du. Ich bin so am Ende. Also, so kann ich keine 18 Stunden durchhalten. Meine Stimme wird schon rau. Ich bin schon wieder am Limit. Ich hab Drogen für die Stimme. Ja, das ist gut. Die liegen da vorne. Ja, ich will mir die später. Also, das hier ist Nerven auf Reimsack. Wisse, ne? Mehr Zuschauer jetzt als bei so manchen koreanischen Streaming. Ja, ist ja auch besser. Demoralisch jetzt tatsächlich. Jo, Luqiu, jawoll. Stark gemacht. Love, Cannon, J.C. Das war aber jetzt. Und jetzt hinterher. Haben wir die Ulti ab. Nein, egal. Shibana geht rein. Kuh, 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 Speed, Speed. Jetzt Reiner, 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 Reiner. Sehr schön. Sam, egal, wir treffen alles. Ja, ist egal, ist egal. Oh, wunderschön. Alistar mit dem herst. Alistar, Fokus. Kriegst du mit, damit Trash nicht stirbt. Okay, wunderbar. Dein Kuh hast du wieder. Geh dann hinterher. Ja, schön. Kuh jetzt auf ihn. Kuh, Kuh. Ja. Okay, das war der Charm. Egal, Kuh, damit du hinterher chasen kannst. Ah, Shibana hat hin. Da haben wir jetzt leider keinen Assist bekommen. Das war, äh. Aber ist okay. Es ist GG. Es ist nur noch die Diana da. Es ist GG. Fünf, zwei, sechs. Ja, jetzt sind wir ein bisschen weit weg. Ulti, Ulti, Ulti. Noch eine Ulti. Und jetzt hol sie dir. Hol sie dir! Ja! Charm. Ich hab mit dem Charm sie geholt. Okay, okay. Du, hör mal, ich bin hier zu fokussiert. Ich treff die Charms auch, mein Gott. Ah, je eine nacheinander. Hitrate 105%. Ich bin als Charming Person. Oh. Ich kann dich gerade nicht coachen. Die Kabel haben sie verhakt. Okay, jetzt bin ich wieder da. Was passiert? Ich hab die Wave erst mal gepusht. Ich würde jetzt erst mal... Nee, kannst du nicht. Du musst noch 140 Geld warten. Wir holen direkt einen großen Stab. Ah. Das ist der nächste Step, also da. Okay, wunderbar. Ähm. Okay. Die Ulti nach hinten, Ulti nach hinten. Sonjas, Sonjas, Sonjas. Schönes Sonjas. Jetzt die Ultimate nach vorne auf Fjord. Nee, nee, zu aggressiv. Okay, wunderbar. Hast du gut gelöst. Okay. Jetzt Base. Du kannst natürlich noch mitschasen, aber das ist zu riskant. Du hast jetzt auch 1600. Du hast deinen Job erfüllt. Was das Team jetzt macht, ist einfach, ähm... GG. Okay. Das Team ist GG. Stab, komm. Nein, Jungs. Mach doch keine Fizz. Wir sind im Attenten hier. Mach das, Checks. Go, go, Checks. Double kill. Das ist die Idee. Da ist noch einer. Das ist eine Double-Sip-Chippel. Ace, 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 Ace. Was macht der, Checks? Was macht der, Checks? Du musst Akali angreifen. Ja, Trimpeg, hell. Donny, du sollst nicht chatten, du sollst coachen. Ey, ich, ich... Decision-Making. Du bist Shot-Calling. Du bist mein High. Okay, wunderbar. Also, du bleibst da oben stehen. Geh nicht auf die Mid-Rave. Du versuchst jetzt auf die Kaste, äh, auf die... Ja, genau da. Absohren. Noch weiter drum. Immer ein Auge drauf haben, was gerade abgeht. Du gehst da rein. Und jetzt eine OIT, eine OIT zum Rankommen. Dein Fokus ist Fiora. Fiora, Fiora. Sonjas, Sonjas. Nice, nice. Den Schaden abgefangen. Nach oben rechts OIT, da wo Miss Fortune ist. Miss Fortune musst du helfen. W-Spail, W-Spail-Q. Ignite drauf. Ignite. Nice, nice. Hinterher gehen. Da kannst du noch hingehen. Wunderbar. Das ist das. G-Fucking, ähm, G. Good Job, G. Psa. Dein CC muss auf Fiora kommen. Und dann dein Sonjas. Okay, Kehr, den Charm. Den Charm, damit er nicht sein CC rauskriegt. Okay, schade, aber er hat abgebrochen. Dein Thresh ist deeper drin. Du musst da auch noch deine Map-Kennung erweitern. Ja, wunderbar. Fiora ist dein Ziel. Oh. Fiora kommt jetzt wieder raus. Wunderbar. Fiora igniten. Igniten auf F. Ja, Charm. Charm killen. Sauber. Okay, weiter chasen, weiter chasen. Akali, wenn's geht. Dein Trickett aktivieren. Ist egal, ist egal, ist egal. Okay, wunderbar, wunderbar, wunderbar. Da bleibst du dran, da bleibst du dran. Den hast du. Nice. Der lebt immer noch. Du gehst nicht chasen. Jax hat den alleine. Du bist langsam an, Jax. Du pushst schon mal rein. Immer schön dran denken. Objective Gameplay. Wir gehen für die Turtles. Wir gehen für Drag. Wir gehen für fucking Pentakill. Wenn's geht, aber ansonsten Objectives. Oh, warum geht's da schreien? Okay, bleib weg, bleib weg, bleib weg. Du kannst jetzt aber nicht base gehen, weil die werden jetzt Nash machen. Du bleibst oberhalb, oberhalb rechts, rechts gehen, rechts gehen, rechts gehen, rechts gehen. Dein Plan wird sein mit der Ulti rein und den epischsten Stil. Okay, ich sag dir Bescheid. Du drückst dann W, Ulti, Q. Okay, hoppa. Wir wurden entdeckt. 3000. Okay, konzentrier dich auf den Nash. Es sind noch 3000, 3300, 3200, 3000, 2700, 2600, 2700. Okay, die brechen ab. Wunderbar. Wir gehen jetzt hinterher und gucken, was die Shyvana da macht. Wunderbar. Wir haben uns vielleicht ein bisschen viel darauf fixiert. Guck mal, wenn der Akali kommt. Du musst Miss Fortune da helfen, wenn der Akali kommt. Okay, wunderbar. Nice. Dieses Team, ne? Die Jungs alle abholen rein in die ECS. Weißt du, du bist so aufgeregt. Ja, ich bin elektrisiert. Ich kann mich dagegen auch nicht wehren. Ich weh nicht, dass wir verlieren. Die Shyvana macht jetzt hier. Ultimate, Ultimate, auf Diana, den E. Wunderschön. Noch einen? Ja, klasse. Wunderbar. Double Kill zwar nicht für dich, aber du bist für mich der Double Kill Master der Herzen. G. Double G. Oh, ich hab ja... Moment, Cross-Chat ist sogar disabled hier. Das müssen wir gleich mal umstellen. Ja, good job. Wunderschön. Pui vu. Love.